Wir widmen uns heute einem besonders spannenden Thema, der Medizintechnik und den Möglichkeiten, die durch künstliche Intelligenz und Robotik eröffnet werden. Die Gesundheitsversorgung steht vor großen Herausforderungen. Und dabei ist die Frage zentral, wie innovative Technologien Ärztinnen und Patienten unterstützen können. Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer-Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Annette Weiß. Herzlich willkommen zu Im Auftrag der Zukunft. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit zwei Projekten, an denen Fraunhofer-Institute maßgeblich beteiligt sind. Im ersten Interview geht es um eine neuartige Handprothese, die durch Ultraschallsensoren und KI eine präzise, intuitive Steuerung ermöglicht und damit den Prothesenträgern ein großes Stück Lebensqualität zurückgeben könnte. Im zweiten Interview erfahren wir mehr über den digitalen Operationssaal. Vernetzt durch 5G und ausgestattet mit modernster Robotik, kann diese Technologie die Zusammenarbeit von Chirurgen weltweit verbessern und effizientere Eingriffe ermöglichen. Auch wenn die Spezialistin gar nicht mit im OP-Saal sitzt, Telechirurgie ist hier das Zauberwort. Zähne putzen, mit einem Schraubenzieher Schrauben lösen und wieder fest reindrehen, eine Glühlampe wechseln, die Katze kraulen, Kartoffeln schälen, Gitarre spielen, Zwiebeln schneiden. All das sind Tätigkeiten, die ich mit meinen Händen innerhalb der letzten 24 Stunden, ja ich möchte sagen, bewerkstelligt habe. Denn geschätzt, und da gibt es keine genauen Zahlen, aber geschätzt 3 Millionen Menschen können dies nämlich nicht machen, weil ihnen eine Hand fehlt, vielleicht sogar zwei Hände fehlen, die sie dann im Krieg oder in Konflikten verloren haben, durch Unfälle verloren haben oder auch durch Krankheiten. Für sie ist eine Handprothese eine enorme Erleichterung im Alltag. Und daran arbeiten Fraunhofer-Forschende am Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik im saarländischen Sulzbach im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes zusammen mit anderen wissenschaftlichen hochkarätigen Einrichtungen in ganz Europa, in England, in Island, in Spanien und in Italien. Und sie setzen dabei auf Ultraschallsensoren, um dann die Steuerung der Prothese bis hin zu den einzelnen Fingern zu optimieren. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, nämlich zurück von der Prothese wieder ins Gehirn. Und was genau dahinter steckt und wie das funktioniert, das erfahren wir von Dr. Marc Fonnell. Er arbeitet seit 20 Jahren schon am Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik, kurz IBMT. Er ist Physiker und hat sich auf Ultraschalltechnik spezialisiert. Und damit hallo, Herr Dr. Fonnell. Guten Tag. Ja, Sie haben einen Sensor entwickelt, um die Ansteuerung der Handprothese besser zu machen. Nehmen Sie uns jetzt mal bitte mit in diesen Kreislauf. Gehirn sendet einen Befehl in die Nerven, in die Muskeln zu dieser Hand, die es nicht mehr gibt, also zur Handprothese. Was leistet dieser Sensor? Ja, wenn Sie den Kreislauf ansprechen, normalerweise ist es so, das Gehirn sendet einen Befehl aus und irgendwann kommt das bei den Fingern an und die Finger vollführen die Bewegung. Wenn jetzt die Hand fehlt, dann ist einfach ein Loch in dieser Verbindungskette. Und das möchten wir überbrücken. Eine Möglichkeit wäre, direkt am Nerv elektrische Signale abzuleiten. Das ist natürlich sehr invasiv. Das heißt, man muss im Gewebe eine Elektrode implantieren. Die nächste Möglichkeit, und das ist eigentlich so der Stand der Technik, sind Oberflächenelektroden, mit denen Signale der Muskel auf der Oberfläche erfasst werden können. Das hat Vor- und Nachteile. Und wir möchten ein ganz neues Verfahren untersuchen, oder machen das bereits, nämlich den Ultraschall. Sie haben bereits die herkömmliche Methode angesprochen. Bisher funktionierten Handprothesen mittels Elektroden. Und um diesen Weg jetzt weiterzugehen, müsste man eigentlich die Elektroden implantieren. Das macht aber niemand. Das hat noch niemand so gewagt. Und Sie gehen jetzt einen ganz neuen Schritt, eine neue Innovation. Lassen Sie uns nochmal diesen Kreislauf durchgehen und sagen Sie nochmal bitte ganz genau, wie die Signale vom Gehirn abgegriffen werden. Also was ist das Neue hier? Also was wir tun, ist folgendes. Wenn eine Handbewegung ausgeführt werden soll, auch wenn die Hand nicht mehr da ist, wenn die Person das früher mal gemacht hatte, als sie noch eine Hand hatte, kann sie immer noch die Muskeln im Arm anspannen. Als wäre die Hand noch dort. Also die Muskelanspannung im Arm ist die gleiche. Und wir messen mit den Ultraschallsensoren diese Muskelanspannung. Das heißt für jede Form der Bewegung, sei es jetzt Faustballen, Handdrehen, Fingerspreizen, gibt es typische Bewegungsmuster im Arm. Und die wollen wir abgreifen. Dazu nutzen wir Ultraschallwandler. Die sind ähnlich zu denen, die jeder von uns kennt, wenn er zum Arzt geht, wenn ein Sonografiebild gemacht wird. Und mit diesen Sensoren kann man eben typische Muster, die auf eine Bewegung der Finger, des Handgelenks hindeuten, erfassen und aufnehmen. Und hier kommt ja auch die KI ins Spiel und die Mustererkennung mit ihren Partnern in England. Wie wird da trainiert? Ja, wie werden diese Bewegungsabläufe nämlich genau erkannt? Neben der technischen Umsetzung, wie solche Sensoren aussehen müssen, ist eben eine zweite Schwierigkeit. Die Zuordnung von typischen Bewegungen der Hand zu den Bewegungs- oder Aktivierungsmustern im Muskel. Das passiert dann folgendermaßen. Also ich selbst war da mal Proband und habe das bei den Projektpartnern auch mal an mir selbst ausprobieren dürfen. Man bekommt dann solch eine Sensor-Manschette auf den Arm aufgeschnallt. Diese Manschette haben wir hier im Labor gebaut und hat dann verschiedene Aufgaben. Man muss die Finger spreizen, die Faustballen, was auch immer. Dann werden Signale aufgenommen und die Signale, ich sag's mal, vereinfacht werden in einer Datenbank abgelegt, mit der dann eben ein KI-Algorithmus trainiert werden kann. Das passiert während der Trainingsphase. Das heißt, es wird eine Datenbank aufgebaut, wo zu einzelnen Bewegungsmustern typische Signale der Muskulatur aus dem Arm abgelegt werden in der Trainingsphase. In der Nutzerphase ist es andersrum. Die Manschette mit den Sensoren erfasst Signale, Ultraschallsignale aus den Muskeln und gleicht die dann in einem KI-Verfahren mit den Signalen der Datenbank ab und versucht herauszufinden, ich habe jetzt ein typisches Muster aus den Muskeln aufgenommen, zu welcher typischen Bewegung der Finger, der Hand passt es am besten. Okay. Und wie erreichen Sie mit dieser Innovation diese hohe Präzision und die Zuverlässigkeit? Das hat einfach damit zu tun, dass wir mit dem Ultraschall eine Ortsauflösung bekommen. Das heißt, wir messen Signale und wissen, wo die Signale herkommen. Wenn wir mit Oberflächenelektroden arbeiten, bekommen wir auch Signale von den einzelnen Muskelgruppen, können diese aber sehr schlecht räumlich zuordnen. Das hat damit zu tun, bei den Oberflächenelektroden handelt es sich um elektromagnetische Signale, bei Ultraschall eben um Schallsignale, die eine ganz andere Laufzeit haben. Man kennt es von Blitz und Donner. Wenn man den Donner hört, kann man die Sekunden zählen und weiß, wie weit die Wolke weg ist. Beim Blitz, das Licht oder die elektromagnetische Welle bewegt sich so schnell, dass diese Zuordnung unmöglich ist. Insofern haben Sie eben beim Ultraschall die Möglichkeit, die Quelle zu lokalisieren oder den Punkt, von dem die Schallsignale kommen. Und Sie wissen genau, okay, das ist dieser eine Muskelstrang. Das heißt, Sie haben eigentlich viel mehr Informationen in den Signalen als in den Signalen der Oberflächenelektroden. Weil die nämlich nicht zum Muskel gehen, sondern zu den Nerven? Nein, weil Sie einfach das nicht zuordnen können. Sie bekommen einfach ein Signal, eine Information, wissen aber nicht, wo kommt das jetzt genau her. Sie haben ja viele Muskeln im Arm. Also Sie haben eine Elektrode drauf und wissen nicht, ist das jetzt von dem Muskel ein Zentimeter unter der Oberfläche oder von dem tiefen Muskel. Wenn Sie aber das Gleiche mit Ultraschall messen, dann können Sie aus dem Signal herauslesen, ob jetzt die Information nahe der Oberfläche kommt, ein bisschen rechts von dem Sensor, ein bisschen tiefer. Weil Sie eben das Signal zeitaufgelöst erfassen können, was eben bei den elektromagnetischen Wellen, die mit den Oberflächenelektroden erfasst werden, nicht möglich ist. Einfach aufgrund der Laufzeit. Die Nutzer dieser Handprothese, ist das in irgendeiner Art für die auch mal gefährlich, wenn Sie jetzt von Ultraschall sprechen? Ja, oder ist das gänzlich ungefährlich? Das ist gänzlich ungefährlich und zwar aus folgenden Gründen. Ultraschall ist per se schon mal ungefährlich. Jeder von uns war schon mal beim Arzt, hat vielleicht ein Herzultraschall gemacht oder vom Abdomenultraschall. Dort werden Schallwellen niedriger Energien genutzt und das sind die gleichen Leistungs- und Druckpegel, die für die Diagnostik genutzt werden, die wir auch in unserem Verfahren anwenden. Also im Vergleich zu jetzt Elektroden, die implantiert werden könnten oder im Vergleich zu Röntgenstrahlung, die potenziell ionisierend ist, ist Ultraschall eben ungefährlich. Insbesondere, weil wir solche niedrigen Druckpegel, niedrige Energien nutzen, dass es gar nicht zu Gewebeveränderungen kommen kann. Und jetzt setzen Sie ja noch einen Schritt drauf. Sie sagen, wir brauchen ja auch die Signale, die von der Prothese wieder zurück die Reize spielt ins Gehirn, dieser sogenannte bidirektionale Weg. Wie genau funktioniert das denn und warum ist das überhaupt so wichtig? Genau, fangen wir vielleicht erst bei der Motivation an. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Handprothese und wollen damit nach einem Glas greifen oder wollen nach irgendeinem Gegenstand greifen. Wenn Sie jetzt keine Rückmeldung bekommen von der Prothese, wie ist der Druck jetzt beispielsweise auf dem Glas, dann würde die Prothese immer weiter zudrücken, bis irgendwann das Glas kaputt geht. Oder es könnten auch andere gefällige Situationen entstehen. Sie greifen etwas, was sehr heiß ist, greifen auf die Herdplatte und wissen es potenziell gar nicht, dass sie heiß ist, weil Sie diese Rückmeldung nicht bekommen. Und da spricht man eben von dem sensorischen Pfad, das heißt in der Prothese müssen Sensoren sein, die diese Umgebungsparameter, sprich den Druck, die Wärme oder was auch immer etwas spitz ist. Also verschiedene Sensoren müssen diese Umgebungseigenschaften erfassen und sie erstmal in ein elektrisches Signal übersetzen, dass es einfach von der Prothese verarbeitet werden kann. Und das muss dann irgendwie wieder in die Nerven gebracht werden. Und das ist ein anderer Arbeitspunkt in dem Projekt, der aber noch wirklich Gegenstand der Forschung ist, der noch nicht so nah an der Anwendung ist oder noch weiter an der Anwendung, als eben der Pfad vom Gehirn zur Prothese. Und dieser Weg zurück ist ja auch was gänzlich Neues, was sehr vielen Menschen eben, die keine Hand mehr haben oder auch nur eine Hand, den Leidensdruck wenigstens etwas nehmen würde, um zum Beispiel eben diesen Druck am Wasserglas oder auch beim Zwiebelschneiden, wie festhalte ich das Messer, einfach besser einschätzen zu können. Was war eigentlich die größte technische Herausforderung bei der Entwicklung dieser Technologie und wie haben Sie die gemeistert? Bei dem Weg vom Gehirn zur Prothese gibt es eigentlich verschiedene Herausforderungen. Das eine ist besagte KI, also dass man eine sehr genaue Zuordnung von den Mustern, von den Signalen, die man misst, zu den typischen Bewegungsmustern hinbekommt. Weil wenn man jetzt nur 90 Prozent richtig macht, das klingt gut, heißt der Umkehrschluss, wenn jemand zehn Bewegungen ausführt, ist eine davon falsch. Also ist das für solch einen medizinischen Kontext nicht befriedigend. Das ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen, wobei das auf jeden Fall eine Aufgabe war unserer Projektpartner in England. Auf unserer Seite war eher die Herausforderung, eine Elektronik klein zu bekommen. Ich meine, man kennt vielleicht Ultraschallgeräte vom Arzt, die sind 100 Kilo schwer, werden auf Rollen durch den Raum geschoben. Und wenn man an eine Prothese denkt, muss das, sagen wir vielleicht mal Handy groß, Zigarettenschachtel groß zu bekommen. So klein sind wir noch nicht. Wir sind vielleicht ein bisschen größer als ein Handy, zwischen Handy und Tablet. Aber auf einem guten Weg, das wirklich klein zu bekommen, sodass es potenziell auch mal in eine Prothese integrierbar ist. Und dann ist eben noch die Herausforderung, die große Datenmenge in Echtzeit verarbeiten und transferieren zu können. Weil man hat diese Daten dann erstmal auf besagter Tablet-großen Elektronik. Die müssen aber dann irgendwann auch in einen Computer, wo sie mit besagten KI-Verfahren dann weiter prozessiert werden können. Also die Daten, der Datentransfer, die Datenschnittstellen, das ist eben auch eine Herausforderung, das schnell genug hinzubekommen. Weil Latenzzeiten sind natürlich auch nicht akzeptabel. Man möchte eine Bewegung jetzt ausführen und nicht 10 Sekunden warten, bis sich dann die Finger bewegen, nachdem man den Gedanken hatte. Also in Echtzeit, das ist natürlich klar. Kann man denn jetzt eigentlich das, was Sie für Handprothesen erforschen, auch auf andere fehlende Körperteile dann übertragen? Also nennen wir einfach mal die Beinprothese oder eine Prothese, die den Fuß ersetzen soll. Prinzipiell kann man das tun. Und die Verfahren sind schon optimiert auf den Arm, aber sind nicht darauf beschränkt. Nur die Frage ist, warum sollte man das tun? Man hat jetzt nicht so viele Freiheitsgrade der Bewegung in den Fußzähnen. Ob man die jetzt bewegen kann wie die Finger, ist eigentlich relativ egal. Dort sind die Bewegungsmuster wesentlich einfacher und ich denke, der Leidensdruck ist nicht so groß. Insofern, es gibt von technischer Seite keine Limitation. Wir können genauso gut Muskelbewegungsmuster in Beinmuskulatur erkennen mit Ultraschall. Wenn es dafür jetzt eine neue medizinische Notwendigkeit gäbe, würde man das auch tun. Aber im Moment ist einfach der Bedarf bei Handbewegungen viel größer als bei anderen Gliedmaßen. Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sowas wie Laufen und Abrollen eine viel einfachere Bewegung ist als mit der Hand, was man da alles feinmotorisch so leistet und ausführen kann. Genau, ich bin da jetzt kein Experte für, aber jetzt sind auf jeden Fall weniger Freiheitsgrade. Sie sprachen von einer Handmanschette an. Ist es das, was es dann auch letztendlich, ich weiß, es ist noch in der Forschungsphase das Projekt, aber wenn man es überführt, tatsächlich in die Praxis, ist das die Handmanschette, die dann auch die Nutzer umlegen werden? Und wie viele Sensoren gibt es denn da, um diese ganzen feinteiligen Bewegungen auch wirklich hinzukriegen? Also ja, es soll so sein, dass später eine solche Manschette idealerweise schon in den Stumpf der Prothese integriert ist. Das heißt, man zieht die Prothese an. Auf der Innenseite sind dann schon die Sensoren, die mit der Haut in Kontakt kommen. Wie viele das genau sein müssen, ist auch noch Gegenstand der Forschung. Also wir haben in unserem bisherigen Aufbau haben wir bis zu 32 Sensoren integriert und können damit drei Freiheitsgrade der Bewegung der Hand erkennen. Also Finger spreizen, Handgelenk drehen, Hand nach oben und unten kippen. Das wären jetzt drei Freiheitsgrade zum Beispiel. Also mit diesen 32 Sensoren können wir diese drei Freiheitsgrade kippen. Es gibt natürlich auch viel feinere Bewegungen. Wenn man jetzt häkelt beispielsweise, dann sind das sehr feingliedrige Bewegungen der Finger. Und um diese dann erkennen zu können, bräuchte man wahrscheinlich, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit beantworten, aber ich tippe mal, je komplexer die Bewegungsmuster, desto mehr Sensoren brauchen wir. Die Sensoren zu bauen, auch klein zu machen, wäre wahrscheinlich gar nicht das ganz große Problem. Die Schwierigkeit ist irgendwann dann in der Verarbeitung der Daten. Also wenn wir zehnmal so viele Sensoren haben, haben wir nachher zehnmal so viele Daten, die dann eben auch irgendwie verarbeitet werden müssen, immer noch in Echtzeit. Also da wird es dann schwierig. Das kann man alles prinzipiell machen. Aber denken Sie nur daran, jeder Sensor muss irgendwie mit der Elektronik verkabelt werden. Wenn Sie dann nachher 100 Sensoren hätten, hätten Sie 100 Kabel. Also das sind alles, sag ich mal, Engineering-Herausforderungen. Das ist machbar. Da geht es nicht darum, ob es prinzipiell theoretisch möglich ist, sondern es ist einfach eine Herausforderung der Umsetzung. Und man weiß jetzt nicht, wie sich die Technologie bezüglich drahtlosschnittstellen weit entwickelt. Also vielleicht haben wir irgendwann diesen Engpass bezüglich der Datenübertragung gar nicht mehr in ein paar Jahren mit neuen Schnittstellen. Also da kommt es einfach darauf an, welche Werkzeuge uns zur Verfügung stehen. Okay. Was schätzen Sie denn? Wann wird es soweit sein? Es gibt ja doch einen hohen Leidensdruck bei den Menschen, die eben eine Hand verloren haben und auf Prothesen angewiesen sind. Wann wird es soweit sein, dass Ihre Technologie zum Tragen kommt? Wagen Sie mal mit mir den Blick in die Zukunft. Und wird es dann ohnehin so teuer sein, dass es sich niemand leisten kann? Also erstmal der Blick in die Zukunft ist natürlich immer schwierig. Aber bei Medizinprodukten haben wir typischerweise einen Horizont von vielleicht fünf bis zehn Jahren, bis sowas tatsächlich in den Markt kommt, in die Anwendung kommt. Das hat zum einen mit der technologischen Weiterentwicklung zu tun, bis es wirklich die Reife hat für ein Serienprodukt. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass es die ganze Regulatorik. Also man kennt ja die Medizinproduktnormen, klinische Studien, all das kostet Zeit und Geld. Der zweite Aspekt, die Kosten. Medizinprodukte sind per se teuer. Wir sprechen aber bestimmt nicht von Größenordnungen wie jetzt Röntgen oder CT oder sowas. Wir haben hier Komponenten, sage ich mal, in der Größenordnung von ein paar hundert Euro. Also dreistelliger bis niedriger vierstelliger Betrag. Das ist auf jeden Fall möglich, wenn man sowas in Stückzahlen macht. Es kommt immer darauf an, wie sowas skaliert werden kann. Aber wenn man von der Einzeleinheit zu Stückzahlen hin geht, gibt es eben Skalierungseffekte, sodass man wirklich durchaus in einem realistischen Preissegment landen kann. Okay, und es sich dann durch die Krankenkassen natürlich auch leisten kann, sagt Dr. Marc von Nell vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik im saarländischen Sulzbach über seine Entwicklung oder Mitentwicklung mit anderen hochkarätigen Partnern auf Basis von Ultraschalltechnik. Eine Handprothese, völlig neuartig, auch mit bidirektionalem Weg, also zurück von der Prothese ins Gehirn. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg im Sinne all derer, die schon richtig warten auf so eine Entwicklung, auch wenn es jetzt noch Jahre dauert. Viel Erfolg weiterhin, Herr Dr. von Nell. Vielen Dank. In der letzten Folge im Auftrag der Zukunft hat Sven mit einem Experten des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und Automatisierung, IFF, über Assistenzroboter in Krankenhäusern und Pflegeheimen gesprochen. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns detailliert an, was Roboter in einem vernetzten Operationssaal leisten können. In Berlin kennen wir das deutsch-französische Volksfest. Es gibt die deutsch-französische Freundschaft, die Amitié, das deutsch-französische Jugendwerk, sehr wichtig für die Völkerverständigung, schon bei jungen Leuten anzufangen. Ja, und dann gibt es auch einen deutsch-französischen Operationssaal, einen hybriden OP-Saal. Der sieht futuristisch aus, mit einem röntgentauglichen Tisch, mit einem CT, also Computertomographie ist das, ein Riesenarm, der sich um den Tisch bewegen kann. Und noch liegt da allerdings eine, ja, eine Plastikpuppe, ein Plastikmodell auf dem OP-Tisch und noch kein richtiger Mensch. Das Ganze ist das deutsch-französische Forschungsprojekt und heißt 5G-OR. OR steht für Operation Room, also Operationssaal. Und zusammen mit renommierten Instituten in Deutschland und Frankreich wird das gerade umgesetzt. Unter anderem auch mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA. Und hier ist Johannes Horsch, der Mann für die Anwendung von 5G und Augmented und Virtual Reality in der Klinik. Und er leitet das Team medizinische Assistenzsysteme mit den Schwerpunkten KI und Robotik in der Medizin. Und da ist es nur folgerichtig, dass in dem Fall das IPA angesiedelt ist auf dem Campus der Uniklinik in Mannheim. Hallo Herr Horsch, schön, dass Sie bei uns dabei sind im Auftrag der Zukunft. Ja, hallo Frau Weiß. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich, über unsere Forschungsergebnisse berichten zu dürfen. Herr Horsch, Sie sind ja Maschinenbauer oder auch Maschinenbauingenieur. Würden Sie jetzt lieber Chirurg sein bei so einem tollen, technisch luxuriös ausgestatteten OP-Saal? Ja, ich glaube, was die Chirurgen und Mediziner leisten, das würde ich mir dann doch auch nicht zutrauen. Ich bin zwar Maschinenbauingenieur und kann technische Systeme entwickeln, aber ich denke, dass der Mensch und die damit verbundene Sensitivität doch nochmal ein anderes Wissen erfordert und ein anderes Geschick. Und Sie arbeiten ja auch zusammen mit anderen Wissenschaftlern und anderen Chirurginnen in diesem Projekt. Was ist denn genau das Ziel von 5G oder 5G OR? Ja, genau. 5G OR steht für 5G OR in the operating room oder im OP. Und wir haben den Beititel Improving Patient Outcomes by establishing a 5G ecosystem in the operating room. Und das übergeordnete Ziel von unserem Projekt ist, die Patientenversorgung zu verbessern, basierend auf realen klinischen Anforderungen und Bedürfnissen, indem wir digitale Technologien implementieren wie 5G, KI und Robotik. Und in unserem Projekt besonders im OP. Und das Ganze ist ja gegliedert und so vier Anwendungsbeispiele. Erläutern Sie mal, welche das sind. Ja, genau. In unserem Projekt, im Titel steht ja 5G. Im Endeffekt, die 5G-Technologie ist eine Kommunikationstechnologie. Die nutzen wir bei uns als Datenautobahn im OP, um die verschiedenen Geräte und Datenquellen zu vernetzen und so die Daten zu gewinnen, um innovative Anwendungen im Bereich der KI und der Robotik zu ermöglichen. Sie haben schon erwähnt, wir haben vier Anwendungen. Zwei sind eher im Bereich der KI-gestützten Analyse von Daten im OP. Da geht es einmal um die KI-gestützte Analyse von Vitalparametern. Also Vitalparametern sind Daten, die zum Beispiel Anästhesiologen während der OP auswerten, wie zum Beispiel Herzschlag, Blutdruck und EKG. Der zweite KI-gestützte Anwendungsfall, den wir betrachten, ist die KI-gestützte Analyse von chirurgischen Daten. Sie können sich vorstellen, bei minimalvasiven Operationen, auch Schlüsselloch-Operationen genannt, da schaut man mit einer Kamera in den Körper rein und operiert auf kleinstem Raum im Bauchraum. Um diese Videodaten zu analysieren, eignet sich KI ganz besonders mit den aufkommenden Analysealgorithmen, um zum Beispiel Risikostrukturen zu identifizieren oder Sicherheitszonen einzurichten und dem Arzt oder der Ärztin Hinweis zu geben, wo sie jetzt schneiden darf oder nicht. Und die zwei robotischen Anwendungsfälle, die wir betrachten, da geht es einmal um die roboterassessierte Teleschirurgie. Da ist die übergeordnete Vision, Patienten aus der Ferne operieren zu können. Das heißt zum Beispiel in den ländlichen Raum wäre ein Use Case, wenn zum Beispiel eine gewisse Spezialist oder Spezialistin vor Ort nicht vorhanden ist, um so die chirurgische Expertise in diesen Raum bringen zu können. Die ursprüngliche Idee kam tatsächlich während der Covid-Pandemie auf, wenn beispielsweise infektiöse Settings vorhanden sind, sodass man auch das medizinische Personal schützen will. Einerseits vor Infektion oder auch vor ionisierender Strahlung oder sogenannter Röntgenstrahlung, die auch schädlich sein kann. Okay, daher kommt dieser grundlegende Gedanke in der Corona-Pandemie entwickelt. Genau, unser Projekt hat 2022 angefangen. Das ist quasi in der Corona-Zeit geboren. Und der vierte Anwendungsfall, da geht es um die Teilebereitstellung durch eine mobile robotische Plattform. Teilebereitstellung ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, der Begriff. Aber es geht vor allen Dingen darum, den OP in der entsprechenden Situation, wenn der Bedarf ist, mit Instrumenten zu versorgen. Aktuell macht das das Pflegepersonal, das dann auch gerne mal unter Stress kommen kann, dadurch, dass ein Aufkommen der Fachkräftemangel ist und auch zum Beispiel mehrere OPs gleichzeitig bedient werden müssen. Da kann eine robotische Plattform unterstützen, die dann durch die Krankenhausgänge fährt und aus dem Lager den entsprechenden Teil erholt. Genau, das wäre nämlich eine der großen Erleichterungen im Klinikalltag durch KI und Robotik. Was gibt es denn noch für Erleichterungen? Also warum ist denn das überhaupt so wichtig? Ja, genau. Also diese neuen Technologien, KI und Robotik, ermöglichen einerseits eine präzisere und effizientere Behandlung von Patienten. Wir können sicherer und schonender operieren, zum Beispiel durch minimalinvasive Techniken, die Roboter assistiert sind. Oder wir bekommen Hinweise, was wir jetzt in der OP als nächstes tun müssen, durch KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme. Oder KI-gestützte Analysen können zum Beispiel Workflows verbessern und Hinweise geben, wo man jetzt etwas besser planen kann und so einfach auch die Belastung des medizinischen Personals zu reduzieren. Ja, und schließlich haben wir auch einen großen Fachkräftemangel in Deutschland und schlittern in noch mehr Fachkräftemangel. Ja, die Hände eines Roboters, die zittern nicht. Der ist sehr präzise. Drei dieser Anwendungsbeispiele, die Sie genannt haben, kann ich mir gut vorstellen. Kleine flitzende Tabletts, also von Robotern gebracht mit Kanülen, mit was man auch immer braucht für die OP, mit Skalpellen. Dann natürlich die bessere Auswertung, KI-gestützt durch Bilder, durch Videos und damit auch klückere Entscheidungen des Chirurgen, des Fachpersonals und außerdem noch Parameter zu überwachen. Das ist die Aufgabe des Anästhesisten, diesmal dann Roboter oder KI unterstützt. Telechirurgie, da krampft es sich noch ein bisschen bei mir zusammen. Das heißt ja, die Chirurgin sitzt irgendwo, vielleicht auch nur im Nebenzimmer, aber sehr wahrscheinlich weiter weg. Also als Spezialistin wird sie vielleicht dazu gebeten und hält eher so eine Konsole in der Hand und der Roboter hat das Besteck oder wie man das auch immer nennt bei der Operation, also die Zangen. Und nun sollen die beiden zusammenkommen. Gibt es denn schon sowas wie auch haptisches Feedback? Wie tief steche ich ein? Wie lang mache ich den Schnitt? Wie fest übe ich den Druck aus? Also dieses haptische Feedback ist gerade für so robotische Systeme besonders herausfordernd. Die Sache ist die, dass für ein haptisches Feedback unser menschliches Gehirn den Tastsinn viel schneller verarbeiten kann als zum Beispiel visuelle oder auditive Eindrücke. Das heißt, unser Gehirn ist da viel empfindlicher, wenn zum Beispiel Reaktionszeiten, in dem Fall spricht man auch von Latenzzeiten, wenn man einen Steuerbefehl zum Roboter schickt und wieder die Rückmeldung bekommt, ist viel empfindlicher für Verzögerung, um dies zu verarbeiten. Und dieses haptische Feedback ist auf der anderen Seite aber für die Chirurgen eine sehr essentielle Modalität, um zu tasten, wie sich ein Gewebe anfühlt, ob es gut anfühlt, wie fest, wie weich das ist, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Genau diese Latenz oder Reaktionszeiten, um die Datenpakete zu schicken, ist sehr herausfordernd. Da sehen wir die 5G-Technologie als eins der Enabler dafür. Die Technologie verspricht sehr kurze Reaktionszeiten oder Latenzzeiten. Und das möchten wir mit unserem Anwendungsfall, diesem Demonstrator, den wir in unserem Projekt bauen, auch zeigen und herausfinden, wie weit die 5G-Technologie uns auch die Möglichkeit gibt, das umzusetzen. Aktuell sind wir noch nicht dabei angekommen, dass man das auf die Ferne machen kann. Aktuell sind die Reaktionszeiten noch etwas zu hoch, um das wirklich in der harten Echtzeitanforderung von einer Millisekunde, das heißt, ein Tausendfels von einer Sekunde zu realisieren. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg dahin. Wird denn so ein Roboter jemals selbstständig eine Operation ausführen können? Ob er es ausführen können wird? Von der Technik her könnte es möglich sein, dass es autonome Systeme gibt. Allerdings ist unser Ansatz der Ansatz der Assistenzsysteme. Wir sehen die robotischen Systeme so, dass sie das medizinische Personal bestmöglich unterstützen und in ihrer Handlungsfähigkeit erweitern. Das heißt, sie sollen die entscheidenden Aufgaben, zum Beispiel präzise zu operieren bei den Chirurgen, Tremor rauszufiltern oder komplizierte Eingriffe zu machen, bestmöglich unterstützen. Und wir sehen solche Assistenzsysteme ähnlich wie Assistenzsysteme im Fahrzeug, die allgemein bekannt sind, die unterstützen bei der Tätigkeit des Manövrierens oder des Fahrens, indem Hinweise geben wird auf Abstand, Geschwindigkeit. Es werden Teilaufgaben übernommen und können bei der eigentlichen Tätigkeit des Fahrens am besten unterstützen. Und so sehen wir das auch in der Medizin, dass wir das medizinische Personal bestmöglich unterstützen wollen, auf gar keinen Fall ersetzen. Sie haben es vorhin erwähnt. Es ist ein aufkommender Fachkräftemangel. Wir werden da Unterstützung benötigen, um diese Herausforderung bewältigen zu können. Und da möchten wir die bestmöglichen Werkzeuge zur Verfügung stellen. Jetzt sind Sie auch Spezialist für, oder einer von vielen Spezialisten, für Augmented Reality im Klinikalltag. Welche Vorteile bietet denn Augmented Reality? Die Augmented Reality oder Virtual Reality oder auch teilweise manchmal Mixed Reality genannt, bietet enorme Potenziale und ist auch schon als Technologie sehr gut verfügbar. Und es bietet enorme Potenziale, um beispielsweise Chirurgen oder Chirurgin oder medizinisches Personal dabei zu unterstützen, eine OP zu planen, kann medizinisches Personal trainiert werden oder auch, wenn spezialisiertes Wissen notwendig ist, wenn eine kritische Situation in der OP auftritt, dass sich ein Spezialist dazuschaltet und Hinweise gibt, wie man jetzt am besten in der Situation weitermacht. Und schließlich kann man sich das Ganze auch viel besser in 3D vorstellen. Wo liegt das Gewebe? Wo liegen vielleicht noch Nerven? Und ja, wo liegt auch ein Tumor? Auch sehr wichtig für Schulungen und für Simulationen, also zur Weitergabe des Wissens. Nennen Sie doch mal kurz zwei Projekte, die in der Richtung schon laufen an Ihrem Institut? Ich bin jetzt aus dem Forschungsbereich Gesundheitspsychologien und Prozesse. Und wir haben noch weitere spannende Projekte zur Digitalisierung der Klinik der Zukunft. Ein Beispiel ist die digitale Patientenaufnahme. Da entwickeln wir einen intelligenten Sessel, jetzt lapidar ausgedrückt, das ist ein Sessel, der mit Sensoren ausgestattet ist, um Standard-Vitalparameter, wie beispielsweise Blutdruck, EKG, Gewicht, das sind solche Daten, die standardmäßig vor jeder Behandlung aufgenommen werden und die automatisiert durch diesen Sessel aufgenommen werden kann, indem der Patient sich zum Beispiel, während er im Wartezimmer wartet oder während er auf seinen Behandlungstermin wartet, hinsetzen kann und diese Vital-Datenaufnahme selbst übernehmen kann. Prima, muss nicht mehr der Krankenpfleger kommen. Genau. Dieser Prozess der Datenaufnahme ist weitgehend automatisiert. Der Patient wird nämlich durch einen digitalen Avatar durch diesen Prozess geführt und wird dann dabei angeleitet, wie er jetzt diesen intelligenten Sessel zu bedienen hat. Okay. Muss man auch erst mal hinkriegen. Aber nehmen wir mal an, wir schaffen das. Und ein zweiter Anwendungsbereich? Ja, ein zweiter Anwendungsbereich ist beispielsweise die autonome Katheternavigation. Und zwar geht es da um die Behandlung von Schlaganfällen. Sie können sich vorstellen, also der Schlaganfall ist ein Notfall und beim Schlaganfall gilt es Time is brain. Das heißt, umso schneller der Schlaganfall behandelt wird, umso besser das klinische Ergebnis oder die klinische Prognose für den Patienten. Jetzt ist ein Goldstandard bei der Behandlung vom Schlaganfall die sogenannte Thrombektomie. Da wird ein langer, dünner Draht oder Katheter in die Leiste des Patienten eingeführt und nur durch Drehen und Schieben durch das Gefäßsystem und mittels Röntgenbildgebung bis ins Gehirn, wo der Schlaganfall stattgefunden hat, navigiert. Und Sie können sich vorstellen, dass dieser Manövrierprozess oder diese Manövriertätigkeit eine sehr herausfordernde Tätigkeit ist, da der Arzt den Draht lediglich drehen und schieben kann. Und dieses schwierige Manöver der Navigation des Katheters von der Leiste bis in das Hirn wird durch ein robotisches Assistenzsystem leichter ausgeführt, indem es durch eine KI gesteuert wird. Okay. Was ist die nächste Herausforderung, die Sie nehmen müssen, Herr Horsch, zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus diesem Forschungsprojekt oder überhaupt in dem Alltag in der Klinik? Also in unserem Projekt, das läuft jetzt noch bis Ende des Jahres. In unserem Forschungsprojekt haben wir nun einen sogenannten Proof of Concept erbracht. Das heißt, erste Demonstratoren aufgebaut mit klinischen Anwendern, auch gegengetestet von der Charité und vom IHU-Institut in Straßburg. Haben eine prinzipielle Machbarkeit erbracht und gezeigt, dass diese Anwendungen Potenzial für die Verbesserung der Abläufe in der Klinik haben. Unser Projekt läuft bis Ende des Jahres, aber unsere Arbeit ist noch längst nicht zu Ende. Wir wollen diese Anwendung weiterentwickeln, das heißt, näher zum Patienten bringen. Das heißt, einerseits weiterhin ausgiebig testen mit klinischen und medizinischen Anwendern und auf der anderen Seite auch die nächsten Schritte in den Markt gehen und im Technologietransfer gehen. Das heißt, Zulassungsvoraussetzungen prüfen, auch zu prüfen, zusammen mit unseren Industriepartnern, wie man diese Technologien in den Markt bringen kann. Und dazu gehört auch, zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, daraus Startups oder Spin-offs zu gründen. Und wann wird es soweit sein, Herr Horsch, dass nicht so ein Plastikmodell auf dem hybriden OP-Saaltisch liegt, sondern ein echter Mensch? Ja, es ist schwierig, da eine verlässliche Aussage zu treffen. Aber man muss sagen, dass der Zulassungsprozess bei neuen digitalen Technologien, gerade in der Medizin, sehr aufwendig ist. Es gibt strenge Regularien, was ja auch wichtig ist. Also diese Technologien müssen sicher sein und ausgiebig getestet sein. Das dauert seine Zeit und ist auch kostentechnisch aufwendig. Aber wenn man entsprechend auch Energie investieren kann, um die Technologien voranzubringen, würde ich tippen, dass man solche Technologien in fünf bis zehn Jahren in den klinischen Alltag bekommt. Bis dahin sind noch einige juristische und auch regulatorische Fallstricke zu nehmen. Aber es ist ja auch, und das ist auch gut, wenn es so geprüft wird, tatsächlich der sensibelste Bereich, den man überhaupt mit KI und Robotik verändern kann, weil es schließlich um Menschenleben geht. Herr Horsch, ich bedanke mich ganz herzlich und sende Ihnen viele Grüße nach Mannheim zum Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und ich wünsche Ihnen im Sinne der Patienten richtig viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ich glaube fest daran, dass wir in ein paar Jahren die Handprothese mit Ultraschallsensoren haben, die auch feine Bewegungen erlaubt, wie eben Zwiebeln schneiden oder die Katze kraulen und dass im intelligent vernetzten OP-Saal bald ein richtiger Mensch liegen wird. Schließlich war es vor 70 Jahren auch undenkbar, dass man eine Operation am Herzen durchführen konnte. Heute ist das zwar immer noch ein riskanter Eingriff, aber er gehört in den speziellen Kliniken zur Routine. Es steht und fällt letztendlich auch damit, ob wir den Fortschritt akzeptieren. Die Benutzerfreundlichkeit für und Akzeptanz durch uns Menschen sind dabei entscheidende Faktoren. In der nächsten Folge wird Sven ein Licht aufgehen. Er stellt die klugen Tüftler von Fraunhofer und Osram vor, die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind. Und zwar mit ihrer Erfindung zu digital steuerbaren Autoscheinwerfern, die mittels LED-Lampen sich genau an die Straße anpassen. Also nicht mehr so stumpf, Fernlicht, Abblendlicht und fertig. Eine super wichtige Erfindung für unsere Sicherheit. Ich sage Tschüss für heute und danke fürs Zuhören. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Im Auftrag der Zukunft der Fraunhofer-Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer-Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de. und die Frage Jonathan Station Technik und Vom hat und i , Vielen Dank.